Willkommen zurück in München. Mein Eindruck ist, die letzten Tage waren sehr besonders und sehr emotional für dich. Ja, stimmt. Es war natürlich alles ein bisschen schwierig, weil einerseits hat man noch was zu spielen, aber andererseits haben wir nach dem vorletzten Spiel am Wochenende schon gewusst, dass es vorbei ist, weil 7-0 schafft man nie in einem Spiel gegen Schweden. Und ja, dann habe ich natürlich selber auch gewusst, dass es mein letztes Spiel war und deswegen war es ganz was Besonderes. Und auch wenn, wie gesagt, wir müssen noch viel spielen, ja, habe ich schon versucht, auch das letzte Spiel wirklich zu genießen. Und ja, es war am Ende, wenn du so deine Karriere beenden kannst mit einem sehr gutes Spiel und zwei Tore, dann ist das sehr schön. War es trotz der Enttäuschung also schon ein ganz schöner Abschied, eigentlich die Fans waren? Ja, genau. Wie gesagt, es hat so zwei Seiten natürlich. Einerseits ist die Enttäuschung noch immer groß, auch in Holland, dass wir nicht bei der WM waren. Aber eigentlich hast du das schon ein bisschen verarbeitet, davor schon, weil du hast schon gewusst, die Chance ist sowas von klein. Und deswegen, ja, wie gesagt, ganz was Besonderes und ja, ich bin sehr dankbar, dass auch die Fans und alle Leute in Holland, dass ich mich so verabschieden könnte. Während du weg warst, war es in München auch nicht langweilig. Es ist ein bisschen was passiert. Wie war dein erster Eindruck? Wie hast du reagiert, als du gehört hast, Job Heynckes ist definitiv ein neuer Trainer? Naja, das ist komisch auch, weil du bist natürlich weg und du bist in Holland und ja, es wird natürlich in der Presse so viel spekuliert, aber Herr Heynckes war natürlich nicht dabei, weil diese Spekulationen und deswegen war es für mich auch eine große Überraschung, aber eine positive Überraschung und ja, ich freue mich wirklich, dass sie wieder da sind. Nicht nur der Trainer, auch der Peter Herrmann. Der Tiger, der war jetzt zwei, drei Monate weg, aber ist auch wieder zurück. Also von daher, ja gut und ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt in der Zukunft, eigentlich kurze Zukunft, gleich am Samstag schon, dass wir loslegen und dass wir ja, dass wir eine schöne Zeit miteinander haben. Wie waren so die ersten Eindrücke? Du hast gemeint, das ist eigentlich eine ganz positive Konstellation mit Peter Herrmann, auch Hermann Gerland, Job Heynckes. Wie waren so die ersten Eindrücke und was können wir von Bayern erwarten in den nächsten, kurzfristig wie du sagst, in den nächsten Tagen? Ja, es ist jetzt auch an die Spieler natürlich. Das bleibt immer, weil wir als Spieler müssen das machen auf dem Platz und das fängt Samstag an. Wir haben jetzt einen Rückstand von fünf Punkten auf Dortmund. Das müssen auf jeden Fall nicht mehr werden. Also wir müssen jetzt in eine Serie hinlegen und wir müssen an gewissen Sachen arbeiten und uns verbessern und jetzt die Linie nach oben finden. Aber ich bin mir sicher, dass wir das machen werden und das müssen wir jetzt auch als Charakter in der Mannschaft zeigen. Viel Glück dabei und vielen Dank. Danke. Ciao.